Die Erdblöcke für die Bäume. Ja, genau. Moment. Hier ist ein Fail. Der muss da hin. Nee, Fail ist grad nicht da. Tut mir leid. Oh, das tut mir für dich leid. Warum denn für mich? Sie ist doch dein Zwilling. Ja, und? Nur weil sie mein Zwilling ist. Muss die ja nicht undauernd da sein, ne? Un-brain-my-heart. Nice. Sieht gut aus, oder? Ja, ich weiß zwar noch nicht, was das werden soll. Eine Minecraft-Puppe. Irgendwann. So. Ich kann halt nicht ganz so gut bauen. Lass mich halt. Ich lass dich doch. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Nachhinein noch mal was sagen, ne? Das wäre natürlich blöd, wenn das im Nachhinein noch rauschen würde. Hups. Neue Hacke holen. Wieder am Fail-Delay. Na, ich mach zu viel. Oh, wir haben nur noch eine Holzhacke. Aber ist nicht schlimm. Aber ist nicht schlimm. Das ist schlecht. Musst du mal wieder einen aus Stein machen. Ja. Aber jetzt nehmen die erstmal die Holzhacke. Muss auch erstmal reichen. Ja. So, und hier noch. Wir haben ja drei verschiedene Bäume, oder? Ja. Ja. Vier glaubst du. Ach ja, klar. Vier. Ja. Okay, dann mach ich hier auf jeden Fall noch. Machst du vier Reihen dann? Jo. Ich glaub die Dschungelbäume sind eh. Muss man dann eh vier. Oder soll man nur kleine Dschungelbäume machen? Mach nur kleine. Reicht ja erstmal. Okay. Das kommt weg. Teufel. Heig. Ja. Na, wie findest du soweit das Bauwerk, Leil? Hm. So. Was ist das denn? Was soll das denn sein? Das soll irgendwann eine Minecraft-Puppe werden. Irgendwann. Ah. Du verstehst die Kürbisse soll. Ja. Verstehe ich. Cool. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich weiß, es sieht nicht ganz so cool aus. Doch, es sieht gut aus. Wenn man es erstmal versteht, dann sieht es cool aus. Okay, also mache ich ein Schild davor. Minecraft-Puppe. Damit man weiß, was es sein soll. So. Na klar. Aber ich glaube, das könnte vom Baumaterial ein bisschen knapp werden. Ja, ist ja nicht schlimm. Hast du ja auf jeden Fall angefangen. Oh. Leil, wir hören heute erst auf, wenn das fertig ist. Ich sagte nicht. Oh Gott, das geht leider nicht. Ähm, doch. Nein, weil ich jetzt gleich Schluss machen muss. Das ist ungünstig. Sorry. Böse Leilani. Böse Leilani. Oh man, bin ich fail, ey. Was machst du? Ich falle mal runter. So, jetzt mal was langsamer. Immer wenn ich davor stehe, dann kurz stoppen. So. Das wäre jetzt fast wieder passiert. Ne, oder? Doch, aber ich konnte noch stoppen, weil ich diesmal nicht so schnell unterwegs bin. Ja, wenn ich von Longplayer den PC bekomme bald, dann feiere ich das. Dann bist du richtig gut. Dann hast du gute Aufnahmequalität und gut PC. Ja. Dann kann ich PvP aufnehmen. Das macht so Spaß. Also mir macht PvP echt extrem Spaß. Merkt man. Leigh, hast du noch so 10 Minuten? Ja, klar. Okay, dann bekomme ich die heute noch fertig. Also 10 Minuten haben wir auf jeden Fall noch. Mir fehlt ja nur noch der Kopf. Aua. Sieht cool aus. Ja, wir sind auf jeden Fall fertig. Ist sogar symmetrisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, das sieht geil aus jetzt. Jetzt, wo ich weiß, was das ist. Ist das also richtig cool. Okay. Ist geil gemacht. So. Ja, danke. Dann hole ich mal die Rest. Wo sind denn die? Hier in dem Holz drin oder was? Ah ja. War das du? Tschö. Rückwärts runtergelaufen läuft. Wie der eine Bescheuerte gestern. Ey, der PvPler dieser Typ. Ach ja. Alter. Ich habe mich so Schrott gelacht, ey. Erzähl die Geschichte mal deinen Zuschauern. Haltet der die ganze Zeit da. Ja, wir sind schon alle raus gewesen, weil so ein Typ hatte mich nach Team gefragt und da habe ich gesagt, ja, okay. Und dann kommt der rüber, springt der rüber und killt mich. Boah, da war ich sauer. Ehrlich. Da habe ich zu dem gesagt, glaub mal nicht, dass irgendjemand noch mal einmal mit dir Team macht. Und, ähm, dann habe ich, ähm, wie heißt man? Aspectated? Aspectated. Und dann waren da noch zwei Leute, die haben sich noch richtig gefightet und nicht so, boah, die sind ja echt ebenbürtig einander, ne? Ey, und die hatten beide auch richtig gute Russi und so und der eine, der läuft nach hinten und ich sag noch, scheiße, scheiße, pass auf, du fällst da runter und boom, fällt der in die Lava. Aber, oh Mann, ey, was ein Fail. Epic Fail. Epic Fail. Naja, was war es um ihn geschehen? Ist halt so, weil man zu blöd ist. Ja gut, das ist dir jetzt gerade ja auch passiert. Ich bin auch ein Shadow, lass mich. So, fehlen uns nur Birken noch. Birken. Davon haben wir leider nicht jetzt so viele, aber, ach, wir haben ja noch Holz. Geil. Richtig cool. Also bei dem Kakao kannst du dich echt dran halten, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube irgendwie, dass das immer schneller wächst, je öfter man das... Oh, da ist eins! Juhu! Das kann sein, nein. Je öfter man die abhackt, wa? Das kann sein, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte so sein. So, hier vorne ist fertig. Wieviel brauchen wir jetzt noch? Zwei Stück. Oh. Okay. Zwei Stück brauchen wir noch und dann ist die Runde hier geritzt. Glas können wir uns auch und Mast dann holen. Ja, läuft bei uns. Äh, die Kakteen verschwinden einfach. Ähm, ja, wenn die auf andere Kakteen fallen, gehen die kaputt. Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Epic Fail. Boah, die ganze Ding ist jetzt weg, ne? Ja. Was machst du auch? Ich wusste das nicht, dass die kaputt gehen. Ich habe jetzt nur einen. Du musst die Frage gehen. Ja, sorry. Dann habe ich jetzt gerade unsere... Passiert. Ich wusste das nicht. Passiert auch jedem mal, ey. Ja. Ähm, kannst du... Ja, geil, mir fehlen genau vier Basal-Coppelsdorn. Ja, dann mal schnell. Ja. Aber sieht doch ganz cool aus der Kopf, oder? Warte. Ja, richtig cool. Ja, man erkennt meine Sonnenbrille zumindest. Ähm, ja, von der einen Seite bestimmt. Ähm, Fail. Fail. Was denn? Ein zu klein gebaut. Läuft. Zu blöd zum Bauen der Shadow. Siehst du das, dass der Kopf, ähm, zwei Blöcke kleiner ist wie der Körper? Äh, okay Shadow. Du hast gehört, ne? Ja, also müssen wir aufhören. Bis gleich. Da sind wir wieder. Äh... Sind wir das? Ja. Ich hatte ja den Fail gerade schon angekündigt. Ja, also so ist das ja jetzt nicht. Ich habe ja gesagt, dass es hier sein kann. Dass jetzt gleich mal eine Tür schellt oder so. Ja. Ja, war alles gut. Und ey, geil, hier liegt Schwarzpulver rum. Was ich nicht aufnehmen kann. Wieso nicht? Weil das vielleicht da rumwagt. Das kann sein. Und uns ist hier Zeug gewachsen. Das feier ich total. Weil jetzt kann ich nämlich die Farm dann ausbauen. Oh. Ich glaube, ich wacke rum, kann das? Ähm, reconnecte mal. Na gut. Ja gut. Die nächste. Und für einen reicht es noch, hoffe ich. Ne. Okay, kein Problem. Zack, jetzt ist die kaputt. Dann mache ich das mit der Hand. Den Rest ist ja nicht so viel. Mach das mal. Oder der Shadow ist so nett und gibt dir seine. Oh, danke schön. Natürlich. Hast du ein bisschen Eichenholzauer? Äh, Eiche? Ja. Also Oldwood? Ja. Danke. Das hier meinst du? Genau das. Danke schön. Okay. So, jetzt werde ich die restlichen dann pflanzen. Wie viele habe ich denn bekommen? Drei Stück? Oh. Hm. Wenig. Sehr wenig. Ist ja gerade mal das, was ich abgeholzt habe. Na gut. Nicht schlimm. Machen wir halt ganz normal. Passiert leider manchmal. Aber cool. Also ich finde die cool. Die Farm. Ist echt nicht schlecht. Nicht schön. Ist echt nicht schön. Dann muss ich leider jetzt nur nochmal hier das hier versetzen jetzt. Ist aber nicht so schlimm. Danke. Na komm. Wir werden hier eh, denke ich mal, noch einige Sachen wegsetzen. Oh. Was hast du jetzt wieder gemacht? Nix. Passiert. Alles gut. Okay. Ach guck mal, da liegen noch Saplings. Die hatte ich noch nicht gesehen. Ah, die waren bestimmt auf dem Baum drauf. Deshalb. Das kann sein. Weil ich einmal dran bin. Holz schreckt alles ab. Das klingt vernünftig. Und dann geh ich mal bei Shadowline da hinten gucken. Wat? Nein. Ich bin noch nicht fertig. Geh weg. Okay. Ich guck nicht hin. Kann ich das nicht aufnehmen hier? Nee. Muss bisschen was raus tun. Das ist ja. Den mag ich vielleicht nicht. Und lässt dich rumwacken. Nee, ich hatte nix. Ich hatte mein Inventar voll. Oh ja. Mach mal den Roboter. Ist okay. Äh. Kann das sein, dass mein Internet gerade ein bisschen rumfällt? Ja. Könnte sein. Geilo. Sorry. Das finde ich als Praktikant natürlich sehr lustig. So. Immer noch? Nein, nicht mehr. Gold. So. Das weg. Da haben wir genug jetzt. Das auch weg. Das auch weg. Das auch weg. Das auch weg. Dann kommt das. Ja. Ja, bald bisher nicht mehr Praktikant. Erzähl mal jetzt mal ganz ehrlich. Ich mein, wir haben uns ja ja noch nicht drüber unterhalten. Wie findest du denn unsere Clique so? Um die ehrliche Meinung zu sagen, hammergeil. Ihr versteht euch alle gut. Ihr zockt viel zu viel eigentlich. Es wird immer gefehlt. Es macht einfach nur Spaß mit euch zu zocken. Bis zum nächsten Mal.